Zum Eindrummeln haben wir bereits den Wirbel geübt, wie immer, Doppelwirbel, dann ist immer gut an ein paar Schleppe gemacht, vielleicht ein bisschen Bata-Fla-Fla, Bata-Fla. Heute machen wir speziell zum Eindrummeln Fünferchen, Fünferchen links und rechts und nachher probieren wir auch noch Endstreichchen zu machen, ein bisschen längere Übung, wir fangen schön langsam an, bei den Fünferchen ist wichtig, die sind gebunden, also wir fangen langsam an, mit dem rechten Fünferchen, Achtung, Fünferchen, vorwärts, Marsch, und. Immer weiter, es gibt keine Pausen dazwischen. Die Doppelschläge sind leise und die Abschläge sind leiter. Achtet auf die Stegelhäutung. Nicht hammeren. Mit der rechten Hand schön aus der Handgelenk drum. Achtet auf die Stegelhäutung. 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 Voila, nur mal so schnell, dass das reicht. Jetzt machen wir auch noch einen Streich. Also ein Fünferli mit einem linken und einem rechten Abschlag, auf der rechten Seite. Und mit einem rechten und linken Abschlag, wenn wir den linken anführen. Das machen wir auch schön mit der Zerlegung. Fünferli. Marsch. Und da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Die drei Abschläge steigern. Ich habe jetzt immer alle gleich gut gemacht. Ich kann es probieren. Ganz feine Doppelschläge am Anfang. Genau. Wir können auch mal probieren, einen Fünfer mit zwei Endstreichen zu machen. Einen schönen offenen Fünfer und dann zwei Endstreichen. Schön regelmässig. Und. Und. Voilà. Und. 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 Und.